Eine Krankenschwester wird überrascht, als ein kleines Mädchen sie erkennt, weil sie ihr Foto im Geldbeutel ihres Vaters gesehen hat. Die Enthüllung der Identität des Vaters des Kindes versetzt die junge Frau völlig in Erstaunen. Diese bewegende Geschichte über die Macht des Schicksals löst eine drastische Veränderung in ihrem Leben aus und ändert ihren Verlauf von einem Moment zum anderen. Anna, ein junges Mädchen, das noch sehr jung war, entschied sich, nach einer schmerzhaften Trennung von dem Mann, den sie liebte, intensiv auf ihre Studien zu konzentrieren und eine Karriere in einem Bereich aufzubauen, der sie begeisterte. Aus einer wohlhabenden Familie stammend, obwohl sie ein bequemes Leben führte und das Beste von ihren Eltern erhielt, entschied sich die junge Frau, einen ehrenhaften Beruf zu ergreifen. Sie schrieb sich an einer örtlichen Hochschule ein und entschied sich für ein Studium der Krankenpflege, konnte sich jedoch nicht vorstellen, welchen Einfluss diese Wahl auf ihr Leben haben würde. Im Laufe der Zeit kreuzte sie während ihres Studiums den Weg eines attraktiven jungen Mannes, der auch die gleiche Einrichtung besuchte. Dieser Mann hatte sich wirklich in Anna verliebt. Anfangs zögerte sie, seinen Gefühlen nachzugeben, da sie immer noch an die Erinnerungen ihrer ersten Liebe gebunden war. Die Hartnäckigkeit des jungen Mannes war jedoch so groß, dass Anna schließlich nachgab. Im Laufe der Jahre heirateten sie und gründeten eine schöne Familie. Mit Kindern und einem ruhigen Leben schien es, als ob Anna eine harmonische Beziehung zu jemandem gefunden hatte, der sie tief liebte. Eines Tages, während Anna damit beschäftigt war, einige Familienkleidung in die Waschmaschine zu legen, fiel ein kleiner Zettel aus der Tasche ihres Mannes. Die darauf geschriebenen Worte waren verdächtig und erschütterten sie zutiefst. Treffe mich auf der Treppe zum zweiten Stock, ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Anna fühlte eine Achterbahn der Gefühle und wartete gespannt auf die Rückkehr ihres Mannes nach Hause. Als er schließlich ankam, konnte sie ihre Aufregung nicht zurückhalten und beschloss, ihn mit dem Zettel zu konfrontieren. Ohne Ausweg konnte ihr Mann die Wahrheit nicht leugnen, als Anna ihn konfrontierte. Er gestand, dass er sie seit einigen Jahren mit einer Arbeitskollegin betrogen hatte. Seine Worte trafen Anna wie ein Schlag, und sie musste sich mit dem Verrat auseinandersetzen, der ihre Ehe erschüttert hatte. Anna, die von ihren Eltern in einer liebevollen Umgebung aufgewachsen war, hatte ein klares Verständnis dafür, was eine respektvolle und aufrichtige Ehe bedeutet. Selbst angesichts der flehentlichen Bitten um Vergebung von ihrem Mann konnte sie die Tiefe des Verrats, den er begangen hatte, nicht ignorieren. Die Vorstellung, in einer von Untreue gezeichneten Beziehung zu bleiben, war für sie schlichtweg unannehmbar. Trotz der Tränen und Entschuldigungen ihres Mannes traf Anna eine entschiedene Entscheidung, sie wollte die Scheidung beantragen. Sie verstand, dass das Vertrauen unwiederbringlich gebrochen worden war und eine gesunde Ehe nicht auf so zerbrechlichen Grundlagen aufgebaut werden konnte. Anna war entschlossen, ihre emotionale Integrität zu bewahren und mutig voranzuschreiten, selbst wenn das bedeutete, den Schmerz der Trennung zu durchleben und einen neuen Abschnitt in ihrem Leben zu beginnen. Mitten in ihrer Trauer und einem Gefühl der Enttäuschung in ihrer Ehe fand sich Anna in Erinnerungen an die Vergangenheit vertieft. Sie fragte sich, ob die Dinge anders gewesen wären, wenn sie ihren ersten Liebhaber geheiratet hätte. Eine tiefe Nostalgie und Reue darüber, dass sie nicht für den Jungen gekämpft hatte, klagten sie, auch nach so vielen Jahren. Angetrieben von einem tiefen Verantwortungsbewusstsein, sich selbst und ihre Kinder zu versorgen, beschloss Anna, wieder zu arbeiten. Aufgrund ihrer Ausbildung als Krankenschwester konnte sie einen Job in einem örtlichen Kindergarten finden. Mit Entschlossenheit begab sie sich auf diese neue berufliche Reise und balancierte ihre Mutterpflichten und den Wunsch nach Unabhängigkeit. Kurz vor ihrem fünften Jahr in dieser Arbeit, während sie die Kinder im Kindergarten betreute, bemerkte Anna ein kleines Mädchen, das sie intensiv ansah. Plötzlich sagte das Mädchen etwas Überraschendes. Ich kenne dich, du bist auf einem Foto im Geldbeutel meines Vaters. Anna war kurzzeitig überrascht und neugierig. Sie beschloss, das Mädchen zu befragen, um die Situation besser zu verstehen. Dein Vater? Wie heißt er? Fragte Anna, verwirrt. Das Mädchen antwortete prompt, er heißt Hector. Diese Antwort verwirrte Anna noch mehr, da sie noch nie jemanden mit diesem Namen getroffen hatte. Sie fuhr fort zu fragen, wie alt ist er und was macht er beruflich? Das Mädchen antwortete unschuldig, er ist ziemlich alt und arbeitet daran, Menschen zu finden und Geheimnisse zu lüften. Anna spürte einen Schauer über ihren Rücken laufen, als sie die Worte des Mädchens hörte. Sie bemühte sich, zu verstehen, was vor sich ging, und fragte. Menschen finden? Wie ein Detektiv. Das Mädchen nickte zustimmend mit dem Kopf und lächelte, ich glaube, das ist das, was meine Mutter sagt, dass er ist. Die Verwirrung und Nervosität steigen in Anna. Sie konnte nicht verstehen, warum ein Foto von ihr im Portemonnaie dieses Mannes namens Hector sein sollte, der anscheinend ein Privatdetektiv war. Einige Wochen vergingen, und in einer anderen vertrauten Umgebung, während eines Familienessens, brachte dasselbe kleine Mädchen, das das Foto von Anna im Portemonnaie ihres Vaters erwähnt hatte, das Thema erneut in ihrem Haus zur Sprache. Während alle ihr Essen teilten, sagte das kleine Mädchen plötzlich. Papa, weißt du, diese Frau, von der du ein Foto in deinem Portemonnaie hast? Sie ist die Krankenschwester in meiner Schule. Der Vater richtete seinen Blick mit offensichtlichem Interesse auf seine Tochter und fragte. Tochter, erinnerst du dich, ob ihr Name Anna ist? Mit einem Kopfnicken bestätigte das Mädchen. Bevor sie jedoch etwas weiter sagen konnte, unterbrach der Vater sie mit einem erfüllten Ton. Endlich habe ich sie gefunden. Ihr Vater war tatsächlich ein Detektiv. Und allem Anschein nach suchte er schon seit einiger Zeit nach Anna. Die Stimmung am Tisch wurde angespannt, und ein Gefühl von Geheimnis und Erwartung lag in der Luft. Das Rätsel um die Verbindung zwischen dem Detektiv und der Krankenschwester sollte bald gelöst werden und eine Geschichte aufdecken, die alles für Anna verändern könnte. Einige Zeit später, an einem gewöhnlichen Tag, als die Krankenschwester nach dem Mittagessen die Schule verließ, war sie schockiert, als sie eine Person sah. Ihre erste Liebe, Louis, war nach vielen Jahren vor der Schule, in der sie arbeitete. Sie nährten sich langsam, Anna verstand nichts und konnte nicht begreifen, wie dieser Mann sie gefunden hatte. Sie ging auf ihn zu und fragte, Louis, bist du es wirklich? Dann bestätigte der Mann es und sagte ihr Worte, die Anna sich nie hätte vorstellen können. In Erinnerungen an die Vergangenheit kehrte eine bedeutende Liebesgeschichte zurück. Das Schicksal sorgte dafür, dass diese Seelen von Anfang an miteinander verbunden blieben. Anna und Louis lernten sich als Kinder kennen, lebten in der Nähe voneinander und besuchten die gleiche Schule. Ihre Freundschaft wuchs und entwickelte sich zu einer echten Leidenschaft, die sie in ihrer Jugend in eine Beziehung führte. Die Jahre vergingen, und ihre Verbindung vertiefte sich noch mehr. Die Verbundenheit, die sie teilten, war bemerkenswert, eine intensive Bindung, nach der viele suchten. Die Geschichte nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als Louis die Entscheidung traf, in eine andere Stadt zu ziehen, um eine Karriere als Journalist zu verfolgen. Trotz der Entfernung blieb er mit Anna in Kontakt, indem er ihr seine Liebe und Sehnsucht in Briefen ausdrückte. Allerdings begannen die gesellschaftlichen Drucke jener Zeit, die Beziehung zu beeinflussen. Die Erwartungen der Gesellschaft verlangten, dass Männer und Frauen früh heiraten und Familien gründen. Unter dem Druck dieser Erwartungen traf Louis eine schwierige Entscheidung. Er beendete die Beziehung mit einem Brief und entschuldigte sich bei Annas Eltern. Obwohl Louis Anna tief liebte, quälte ihn der Unterschied in ihren sozialen Hintergründen. Als einfacher Mann fürchtete er, Anna nicht das Leben bieten zu können, das sie verdiente. Getrieben von dieser Angst und seiner Liebe zu ihr entschied er sich für die Trennung. Anna ihrerseits konnte diesen Abschied nie überwinden. Die Trauer begleitete sie lange, ein Schmerz, der schien, nie zu enden. Die Leben, die sich so früh trafen, vereint durch eine wahre und intensive Liebe, wurden plötzlich durch unvorhersehbare Wendungen des Schicksals und die von der Gesellschaft jener Zeit auferlegten Barrieren getrennt. Auf der anderen Seite konnte Louis Anna auch nicht aus dem Kopf bekommen. Zu der Zeit verfolgte Louis den Weg eines internationalen Journalisten und unternahm unzählige Reisen, um den Anforderungen seines Berufs nachzukommen. Er wurde sehr gebildet, voller Referenzen und umfangreichem Wissen in einer Vielzahl von Themen. Trotz seines angesehenen Jobs hatte seine Familie immer noch erhebliche finanzielle Herausforderungen. Eines Tages teilte Louis Familie ihm mit, dass sie ihm eine Braut ausgesucht hatten, was ihn ein wenig unbehaglich machte. Es war eine arrangierte Ehe, eine damals übliche Praxis, die beiden Seiten zugutekommen sollte. Die junge Frau stammte aus einer wohlhabenden Familie und es wurden viele Vereinbarungen getroffen, um die Verbindung zu ermöglichen. Louis, der den Wünschen seiner Eltern gehorchte, obwohl er bereits ein unabhängiger junger Erwachsener war, traf sich mit der vorgeschlagenen Braut. Ihre Schönheit beeindruckte ihn, und sein Interesse wuchs. Dennoch ließ ihn Anna nicht los. Das Verlangen, nach ihr zu suchen, verließ ihn nicht. Als er in seine Heimatstadt zurückkehrte, wo er seine Kindheit verbracht hatte, konnte Louis eine Versetzung erreichen, die zwar mehr Zeit zu Hause bedeutete, aber immer noch häufige Reisen erforderte. Schließlich heirateten er und seine Braut, gründeten eine Familie und bekamen im Laufe der Jahre Kinder. Louis' Leben war ein Wirbelwind von Aktivitäten, und die Trennung von seiner Familie, um beruflichen Verpflichtungen nachzukommen, lastete schwer auf seinem Herzen, insbesondere wegen seiner bedingungslosen Liebe zu seinen Kindern. Trotz seiner Liebe zu seiner Frau und der Familie, die er aufgebaut hatte, trug Louis immer noch die Erinnerung an Anna in sich, hielt dieses Gefühl jedoch in sich verschlossen. Doch eines Tages kehrte er nach Hause zurück und fand seine Frau weinend im Wohnzimmer vor. Mit den Kindern bereits im Bett offenbarte sie eine verheerende Wahrheit, ich kann nicht mehr, ich fühle mich schrecklich einsam. Ich habe geheiratet, um meine Eltern zufriedenzustellen, aber jetzt möchte ich mich scheiden lassen. Louis flehte sie an, ihre Entscheidung zu überdenken, aber seine Frau war entschlossen. Seine Ehe war trotz seiner Bitten ebenfalls zu Ende. Jahre nach der Scheidung halten Sehnsucht und Reue wegen Anna weiter nach. Louis traf in einem plötzlichen Impuls eine Entscheidung und beschloss, dass es an der Zeit war, zu handeln. Er verspürte den unwiderstehlichen Drang, seinen Traum von der Wiedervereinigung mit seiner großen Liebe zu verfolgen, etwas, das ihn schon immer antrieb. Obwohl seine einsamen Bemühungen keine Ergebnisse brachten, entschied sich Louis schließlich für einen entschlosseneren Ansatz, die Anstellung eines Privatdetektivs. Der Detektiv hatte Schwierigkeiten, Anna zu finden, da sie nach der Hochzeit ihre Nachnamen geändert hatte. Doch durch eine Fügung des Schicksals fand der Detektiv schließlich eine Verbindung. Seine Tochter besuchte die gleiche Schule, an der Anna arbeitete. Bei einem aufregenden Treffen vor der Schule sprach Louis Anna an und enthüllte, dass er den Detektiv engagiert hatte, um sie zu finden. Das unerwartete Treffen brachte Klarheit für Anna und verband die zuvor verstreuten Punkte. Die Zeit und die Herausforderungen, die sie gemeistert hatten, konnten die Verbindung, die sie teilten, nicht auslöschen. Die 25-jährige Trennung schien ein notwendiges Kapitel in ihren Leben gewesen zu sein, das den Weg für ihre erneute Begegnung bereitete. Es schien, als hätte das Schicksal gehandelt, um den beiden zu ermöglichen, den Pfad wiederzufinden, den sie in ihrer Jugend gemeinsam gegangen waren. Heute genießen Anna und Louis eine Ehe, die seit 15 Jahren besteht, in der die Wiedervereinigung nach der Trennung ihnen half, die Liebe wieder zu entdecken und neu zu entfachen, die sie einst als junge Verliebte vereinte. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.